So, dann machen wir mal ne schöne, saubere, sprittige Runde auf dem anderen Server. Los geht's. Ich brauche hier mal ne andere Design des Standard-Caps noch mal sehen, ey. Warte, eine Strecke. Die ist ganz gut, mir fällt mir. Wir müssen driften, oh mein Gott. Oh, shit. Weiter geht's. Ah, das war zu hoch, shit. Shit, shit, shit. Da geht Norbert Sehr schön Mann, eine 32 Runde, ey, boah, shit Schauen wir mal Oh, boah, boah Na ja, noch ein bisschen schneller 33,99 Sehr schön Na, solange man nicht driftet, ey, kriegt man eine richtig gute Zeit raus Ah, scheiße Scheiße, 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 doch kein Glück, ey Doch, nur Twitter, na ja Dritter Na ja, schade Immerhin Offenswitten Sehen wir uns in der nächsten Runde We start Aufstehen wir uns in der nächsten Runde